Meine ganze Homecrew, das sind alles ultra fleißige Jungs, die am Schaufeln sind und das hat mich dann, wo ich angefangen habe mit Radfahren, ultra angesteckt und ich finde es einfach mega geil im Wald zu stehen und zu schaufeln und egal ob in der Gemeinschaft oder alleine eben und es ist immer so ein Ding, das Werkzeug an den Spot zu bringen. Heute mit E-Bikes ist das alles ein bisschen einfacher, aber früher ist man dann so stundenlang vom Wanderparkplatz zum Trail gelaufen und hat eine Schaufel gehabt und eine Spitzhacke und hat teilweise versucht, das auf dem Fahrrad zu transportieren und deswegen hat schon immer die Idee gehabt, mal ein Fahrrad zu haben, wo man eben so das ganze Werkzeug, gerade so Schaufel oder Wiederhaufhacke, einfach mal befestigen kann und hat so einen Rucksack noch ein bisschen Kleinkamme reintun und dann einfach in den Wald reinfahren und ja, als der Contest von Leaf dann ausgerufen wurde, habe ich gedacht so, hey, das ist ein Match.